Hallo zusammen, ich bin Sascha von Easy Motors in Winterthur und ich will euch den brandneuen Orgilar City Twister 6.0 Premium Shopper vorstellen. Das Fahrzeug haben wir ganz neu erhalten. Es ist ausgestattet mit diversen Neuerungen, die ich euch heute schnell erklären will. Die wichtigste Neuerung ist eigentlich der riesige 45 Ah Akku, den wir jetzt gebaut haben. 45 Ah, das generiert euch bis zu 160 km. Ihr könnt mit einer Akku-Lade fahren. Ihr könnt den Akku natürlich bequem zu Hause, ist herausnehmbar oder am Fahrzeug selber laden. Dann haben wir neue Felge, komplett in schwarz. Wie gehabt, mit den zweifachen 4K-Vierkolben-Bremszangen vorne. Ihr habt einen neuen Sattel mit einem schönen Stickmuster. Ihr habt neue Bluetooth-Verbindung mit integriertem Soundsystem im Fahrzeug. Das heisst, ihr könnt euer Handy verbinden und Sound hören. Das Handy natürlich bequem am integrierten Handyhalter. Mit USB-Ladebuchse könnt ihr das Handy noch laden. Und was wir auch ganz neu haben, die sequentielle Blinker. Wie ihr das vielleicht von der Audi kennen. Mit dem Lauflieh legal auf der Schweizer Strasse. Eine von den markantesten Neuerungen auf dem Tisch. Von dem her. Perfekte Cruiser. Für Einkaufen. Für ins Geschäft fahren. Oder im Badi. Wenn wir euch überzeugen von der Top-Qualität. Ihr könnt eine unverbindliche Probefahrt machen. Und alle weiteren Infos sind wir euch gerne schon geworden. Danke. Tschau. Auf Wiedersehen.